Amazon hat seine Quartalszahlen für das Q4 2023 veröffentlicht und damit natürlich auch für das Gesamtjahr 2023. Der Aktienkurs ist danach um 10% in die Höhe geschossen und deshalb schauen wir uns natürlich die Quartalszahlen mal genauer an und finden heraus, ob nach dem Anstieg die Aktie immer noch ein Kauf wert ist. Und hier seht ihr den Chart, das ging eben hoch von 157 Dollar 10% auf inzwischen 172 US-Dollar und damit hat Amazon eine Marktkapitalisierung von 1,78 Billionen US-Dollar und damit natürlich einer der wertvollsten Unternehmen der Welt. Gleichzeitig das KGV bei 60, das klingt ja erstmal sehr viel, aber das habt ihr wahrscheinlich schon öfter gehört, bei Amazon ein Unternehmen, das eben viel Geld in Wachstum steckt, sollte man sich eher den Free Cashflow anschauen als jetzt den Gewinn je Aktie und diese Bewertung über den Free Cashflow führen wir auch heute noch durch, um zu sehen, ob Amazon aktuell überbewertet oder eben unterbewertet ist. Und dazu schauen wir auch mal in den Quartalsbericht rein. Wir sehen, der Umsatz zum einen ist im vierten Quartal um 14% gestiegen im Vorjahresvergleich. Das ist natürlich enorm für so ein großes Unternehmen, noch ein zweistelliges Wachstum und vor allem der operative Gewinn hier. Der ist hochgegangen von 2,7 Milliarden US-Dollar auf 13,2 Milliarden Dollar. Also man hat es hier geschafft, die Profitabilität enorm zu steigern. Sehen wir auch weiter am Nettogewinn. Der ist inzwischen bei 10,6 Milliarden Dollar. Ein Jahr zuvor war er noch knapp 0, also hier bei 300 Millionen Dollar. Also hat man hier wirklich sehr, sehr viel erreicht. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie geht es weiter? Schafft man das Ganze nochmal vielleicht zu verdoppeln, zu verdreifachen? Auch das überlegen wir uns in diesem Video. Und auch für das Gesamtjahr 2023 hat man hier Umsatzwachstum von 12% und auch hier eben der Nettogewinn gestiegen von 2,7 Milliarden Dollar Nettoverlust auf jetzt 30,4 Milliarden Dollar an Nettogewinn. Und auch der CEO sagt eben, dass das Q4 ein Rekordquartal war mit der Holiday Shopping Season. Also hier eben der Weihnachtsverkauf, der natürlich im Q4 nochmal besonders einschlägt. Und dann gibt es hier einige Highlights im Quartalsbericht. Die gehen wir jetzt nicht einzeln durch, das wäre zu viel. Aber Amazon hat natürlich eine enorm gute Marktstellung, hat enorm viele Daten ihrer Kunden. Und in der westlichen Welt hat wohl fast jeder ein Amazon-Konto, der schon erwachsen ist. Und deshalb hat man natürlich auch ein enormes Potenzial, auch andere Produkte zu verkaufen. Zum Beispiel hat man jetzt gestattet, dass man in den USA auch eine Gesundheitsvorsorge abschließen kann für 9 Dollar pro Monat und auch für die Familienmitglieder, die dann mitversichert werden können, was insgesamt günstiger ist als bei der Konkurrenz. Natürlich, ob das Ganze jetzt gleich von Anfang an profitabel ist, das ist die andere Frage. Aber hier kann man natürlich nochmal viele neue Kunden für dieses Produkt gewinnen. Und wenn man eine gewisse Masse dann hat, kann man auch langsam die Preise erhöhen, und so die Profitabilität herstellen, wie man es in vielen anderen Bereichen eben schon gemacht hat. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil von Amazon, diese enorme Reichweite. Das Ganze ist natürlich keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, sondern nur meine persönliche Meinung. Auch interessant, vielleicht noch ganz unten der letzte Punkt, wenn wir etwas weiter runtergehen. BYD, zu dem ich erst vor kurzem ein Video gemacht habe, wo ich die Aktie mir genauer angeschaut habe, mit der Tesla-Aktie verglichen habe, die sind auch Kunde vom Amazon Cloud Service, den sie eben hier als Cloud Provider nutzen. Und es ist natürlich immer schön, wenn Amazon Großkunden gewinnt, aber Amazon hat natürlich nicht nur ein, zwei, drei Kunden, wo sie darauf angewiesen sind, sondern hat eine Vielzahl von Kunden und hier eben auch breit gestreut dadurch. Aber kommen wir zum Wichtigen, kommen wir zum Quartalszahlen. Und wir starten eben mit dem Cashflow, mit der Cashflow-Rechnung. Und wir sehen, dass Amazon im Jahr 2023 komplett 85 Milliarden US-Dollar an operativen Cashflow erzielt hat. Von diesen 85 Milliarden US-Dollar können wir noch 52 Milliarden Dollar abziehen, die eben ausgegeben wurden für Investitionen, für eben Equipment und so weiter. Und dadurch bleibt eben ein Free Cashflow von etwa gut 30 Milliarden US-Dollar. Wenn wir das Ganze mal in den Taschenrechner eingeben, also die Marktkapitalisierung von 1,78 Billionen US-Dollar geteilt durch die 30 Milliarden Dollar an Free Cashflow, da kommen wir in etwa auf ein Kurs Free Cashflow-Verhältnis von 60. 60 ist immer noch bei Weibem nicht günstig, aber da müssen wir natürlich mal ein paar Sachen bereinigen. Denn wir haben ja gesagt, was wäre jetzt zum Beispiel mit Amazon, wenn sie eben nicht so viel investieren würden in weiteres Wachstum? Wie viel wäre das aktuelle Geschäft in etwa wert? Wie wäre es aktuell bewertet? Und dazu müssen wir uns natürlich überlegen, wie viel Geld müsste Amazon in Investitionen reinstecken, damit sie das aktuelle Geschäft auf diesem Niveau in etwa am Laufen halten können? Und ich habe da mal in die Bilanz reingeschaut und sie haben eben so 200 Milliarden Dollar an Sachwerten in der Bilanz stehen und ich nehme mal an, dass man so ungefähr hier bei Amazon 10% davon braucht, um die jedes Jahr wieder zu erneuern. Also müsste man so 20 Milliarden Dollar in etwa investieren, um eben das aktuelle Geschäft am Laufen zu halten. Also hätten sie hier, wenn wir nochmal in die Cashflow-Rechnung reinschauen, nicht 52 Milliarden US-Dollar, sondern vielleicht nur 20 Milliarden US-Dollar an Ausgaben für Sachwerte, wenn man sagt, man möchte hier eben nicht mehr wachsen. Man hat es auch Ganze schon reduziert. Letztes Jahr waren es noch 10 Milliarden Dollar mehr und wenn wir das Ganze jetzt nochmal ausrechnen, dann hätten wir nicht 85 Milliarden Dollar minus die 52 Milliarden Dollar, sondern 85 minus 20 und damit wären wir bei etwa 65 Milliarden US-Dollar an Free Cashflow, das heißt 1,78 Millionen geteilt durch die 65 und damit kommen wir schon auf ein Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis von 27, wenn wir das Ganze hier bereinigen und das sieht schon deutlich besser aus, das sieht jetzt nicht mehr so teuer aus. Klar, nicht günstig, kein Schnäppchen mit 27, da müsste es dann doch nochmal deutlich niedriger gehen aus meiner Sicht, aber für so ein Top-Unternehmen auch nicht exorbitant teuer. Trotz des Kursanstiegs in den letzten Monaten eben, aber auch hier müssen wir nochmal was bereinigen, denn wir sehen, diese 65 Milliarden US-Dollar, die sind nicht alleine den Aktionären zuzuschreiben, sondern 24 Milliarden US-Dollar davon gehen an aktienbasierte Vergütungen, ans Management, an Mitarbeiter und so weiter und eben nicht an die Aktionäre und deswegen müssen wir das Ganze hier auch nochmal bereinigen, das heißt wir haben nicht mehr 65 Milliarden US-Dollar an Free Cashflow für die Aktionäre, sondern nur noch 40 Milliarden und dann kommen wir auf ein bereinigtes Kurs-Free-Calculoverhältnis von etwa 44,5 und das ist mir natürlich als Value-Investor schon wieder deutlich zu teuer, also man hat hier wirklich durch den Kursanstieg nicht nur die 10% jetzt nach den Quartalszahlen, sondern schon die ganzen letzten Monate eine deutlich höhere Bewertung und da ist eben das Chancen-Risiko-Verhältnis für mich nicht mehr so gut gegeben. Und wenn euch faktenbasierte Aktienanalyse interessieren, wenn euch Value-Investing interessiert, dann unbedingt den Kanal abonnieren und natürlich gleich die Glocke aktivieren, damit ihr in Zukunft keiner meiner Videos mehr verpasst. Wenn wir hier nochmal in den Chart zum Beispiel reinschauen, in die letzten 5 Jahre, da sehen wir zum Beispiel Ende 2022, da war der Kurs noch bei 85 US-Dollar, danach ging es eben 100% hoch in den nächsten 12 Monaten, aber zu dem damaligen Zeitpunkt, da hätte man dann ein bereinigtes Kurs-Free-Cash-Floor-Verhältnis nach aktuellen Zahlen von grob 20 gehabt, 22 und das wäre hier deutlich interessanter vom Chancen-Risiko-Verhältnis her. Aber wichtig ist natürlich auch, wenn wir weiter in die Geschäftszahlen reinschauen, hier in die Gewinn- und Verlustrechnung, dass eben der Nettogewinn deutlich gesteigert werden konnte, eben der letztes Jahr noch negativ war, jetzt 30 Milliarden plus und das Ganze hat man eben geschafft, dass man die Margen hier deutlich erhöht hat und da stellt sich eben die Frage, wie weit schafft Amazon noch die Margen zu erhöhen, dadurch den Gewinn nochmal vielleicht deutlich zu steigern und dann auch wieder die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen. Und dafür schauen wir jetzt mal das ganze Je-Segment an, auch das veröffentlicht natürlich Amazon, müssen wir noch ein bisschen weitergehen, wir sehen eben hier zum Beispiel das Segment aus Nordamerika, also das E-Commerce-Geschäft, wo sie eben online ihre Produkte verkaufen, da ist der Umsatz im Jahresvergleich von 315 Milliarden Dollar auf 352 Milliarden Dollar hoch und das Wichtige und auch was eben sehr, sehr gefeiert wurde an der Börse, man hat sie geschafft im E-Commerce-Geschäft 15 Milliarden US-Dollar an Gewinn zu erzielen, vor einem Jahr waren es noch 3 Milliarden Verlust und damit hat man eben eine Marge erzielt von knapp 5 Prozent, das klingt jetzt nicht viel, aber im E-Commerce-Geschäft sind Margen von so mittleren einstelligen Bereichen durchaus das Beste eigentlich, was geht, vielleicht schafft man hier noch 7, 8, 9 Prozent, wenn es wirklich gut läuft, weil man eine gute Marktstellung hat, dadurch auch eine gute Preissetzungsmacht, aber ich glaube nicht, dass man hier groß zweistellige Margen auf Dauer schafft im E-Commerce-Bereich, denn irgendwann, wenn man zu hohe Preise anbietet, von den Produkten kommen Konkurrenten, bieten die ganzen Produkte günstiger an und dadurch natürlich auch wieder niedrigere Margen. Also hat man hier wirklich schon viel erreicht im Geschäft Nordamerika, im internationalen Geschäft, also zum Beispiel auch Europa, da hat man 131 Milliarden Dollar an Umsatz, hat noch keinen Gewinn, man hat noch einen operativen Verlust von 2,5 Milliarden Dollar, aber auch hier hat man sich deutlich verbessert von 7,7 Milliarden Dollar Verlust. Also wenn man hier mal rechnet und man schafft auch so 5 Prozent Marge, dann kann man hier in Zukunft auf die aktuellen Zahlen vielleicht noch 7, 8 Milliarden Dollar an operativen Gewinn hier hinzubekommen, nochmal ein Stückchen wachsen, aber auch hier eben nicht so, dass man seinen Gewinn dann auch mal verdoppelt oder verdreifacht insgesamt. Und wenn wir uns noch das Cloud-Geschäft anschauen, da sehen die Margen dann schon ganz anders aus. Man hat hier 90 Milliarden Dollar an Umsatz und 10 Milliarden Dollar gewachsen und hier hat man Margen von fast 30 Prozent, also operativer Income hier, 25 Milliarden US-Dollar und damit mehr als im ganzen E-Commerce-Geschäft. Also der Gewinntreiber ist hier eigentlich Amazon Cloud, gleichzeitig schafft man es aber, den E-Commerce-Handel jetzt immer profitabler zu machen und dadurch eben die Gewinne aktuell deutlich zu steigern. Aber die Steigerungsraten im E-Commerce-Geschäft werden jetzt nicht ewig so weitergehen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Aktien auf dem Markt, die vielleicht viel, viel günstiger bewertet sind. Vier Top-Aktien für 2024 zum Beispiel habe ich euch hier in diesem Video vorgestellt. Viel Spaß damit und dann bis zum nächsten Mal beim Aktienprofi. und dann bis zum nächsten Mal beim Aktienprofi. Vielen Dank.